Eva und Hannes hier. Wir haben vor, am 29. Februar zu siedeln. Damit es für uns nicht ganz so stressig wird, wäre es extrem cool, wenn wir für euch ein bisschen Hilfe bekommen. Wir würden brauchen ein paar starke Männer, die uns helfen beim Tragen und Ausmalen und ein großes Auto, um die Möbel zu transportieren.